Willkommen zurück nochmal zu diesem Video. Das ist das letzte Video dazu. Ich habe jetzt Schritt für Schritt erklärt, wie alles aufgebaut ist, wie das Portal funktioniert. Ganz wichtig dabei, die Portalnutzung ist für Sie immer kostenlos, egal ob es auf dem Handy ist oder über den Browser ist. Es kostet Sie nichts. Das zweite, was dabei wichtig ist, es ist immer verschlüsselt. Wir legen groß Wert darauf, dass Ihre Daten sicher sind. E-Mails sind nicht verschlüsselt. Bei E-Mails haben wir so oft noch einen Spamfilter, dass man denkt, man hat sie abgeschickt und der andere hat sie gekriegt, aber die ist im Spamfilter gelandet oder gar nicht angekommen. Das ist alles dabei nicht. Sie können jederzeit überprüfen, ist man in der Nachricht angekommen, wer hat die zugeordnet bekommen, welcher Mitarbeiter ist an der Geschichte dran, in welchem Stadion befindet sich das Ganze. Man kann jederzeit auch Vorgänge kommentieren, man kann Nachfragen stellen und das ist alles ein Verlauf. Sie kennen das natürlich selber, wenn man verschiedene E-Mails hat, dann antwortet man in der E-Mail 1 auf eine Frage, auf E-Mail 2 kommt was anderes rein. Das gibt es nicht, weil es ist immer linear, es ist immer ein Vorgang, wo man immer schön Stück für Stück abarbeiten kann. Das sehen Sie alles da drin. Wir haben durch die Nutzung des Handys eine sehr große Erweiterung und zwar können Sie in wichtigen Angelegenheiten sogar eine Push-Benachrichtung kriegen, das heißt Sie kriegen sofort eine Nachricht aufs Handy, auf dem Display, Aufzug geht nicht mehr, Warmwasser ist ausgefallen, Heizung geht nicht, also wenn dann zentrale Komponenten ausgefallen sind, kriegen Sie aber eine Nachricht. Sehr, sehr wichtig, sehr spannend, Termine, Mitteilungen, Ankündigungen, die Kommunikation ist dadurch viel einfacher, es ist viel transparenter auch für Sie. Wir können Ihnen Dokumente sehr einfach zur Verfügung stellen, im Satz zu E-Mails, nochmal, E-Mails sind nicht verschlüsselt, das Portal ist komplett verschlüsselt. Das heißt, wir verschicken ausschließlich nur noch Dokumente über das Portal, Sie können die Sachen jederzeit hoch- und runterladen, Sie haben sie immer dabei, immer auf dem Handy, ist auch ein großer Nutzen. Ich hoffe, Sie nutzen das Portal fleißig, weil da haben wir es angeschafft und wenn Sie Feedback dazu geben möchten, würde ich sehr freuen. Was finden Sie gut, was finden Sie schlecht oder gibt es etwas, was Sie sich gerne wünschen, eine Funktion, die vielleicht noch eingebaut werden sollte. Jede Verbesserungsvorschlag kann das Produkt nur besser machen, von daher freue ich mich darauf, wenn Sie uns das gerne mitteilen. Ja, in dem Fall hoffe ich, dass Sie Spaß am Portal haben und dass Sie es vielleicht auch nutzen werden und dass Sie das auch eine Erleichterung finden. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald!